Die Analysten auf der Welt sind sich mal wieder völlig uneinig. Die Ökonomen, die schon jahrelang tief in der Materie stecken, warnen vor einer grossen Rezession. Hankerum gibt es Analysten, vor allem im Cryptospace, die sagen, wir haben tatsächlich die Parallelen gesehen, 2017, wir sind am Ende, der Pump steht bevor. Doch welche Fraktion wird die zurecht behalten? Und wohin würde die Reise gehen im schlimmsten oder besten Fall von Bitcoin? Das Ganze besprechen wir heute in diesem Video, also unbedingt dranbleiben und Daumen nach oben geben. Wir starten mit dem aktuellen Fear & Greed Index. Hier liegen wir weiterhin bei 58 Punkten, somit weiter im Gierverhältnis. Ja, wie vorher angekündigt, haben wir das grossartige Ereignis, dass sich die Kryptoanalysten nicht ganz einig sind mit den makroökonomischen Analysten. Wer wird hier wohl recht behalten? Das ist sehr interessant. Hier wird oftmals wieder gerne verglichen mit dem Jahr 2017, dass jetzt auch in dieser Woche ein massiv grosser Move passieren kann. Doch ist das realistisch oder völlig unrealistisch? Da will ich gerne mit euch drauf eingehen und wir starten natürlich Schritt für Schritt. Das grosse Problem, was wir haben, ist eigentlich die unerwartete oder relativ starke Behauptung des Arbeitmarktes gegenüber der Zinserhöhung der FED. Aber es gibt eben für die FED auch einen besseren Spielraum, wo die jetzt halt sagen, wir haben die Möglichkeit nochmal schneller und höher die Zinsen zu erhöhen. Und genau das ist das, was die makroökonomischen Analysten kommen und sagen, hey, wir müssen vorsichtig sein. Ich persönlich bin eine Mischung von beidem, weil ich mir die wichtigsten Daten der Makroökonomie zugutenehmend für meine technischen Analysen im Kryptospace und das hat bisher eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, aktuell ist es wie, als würden wir irgendwie im Nebel navigieren. Wir wissen, irgendwo vorne ist Festland oder vielleicht sogar ein Felsen, also man soll nicht genau dahin, aber man sieht es nicht genau. Ähnlich ist es aktuell ein bisschen als Analyst, aber es gibt natürlich immer wichtige Indikatoren, die uns ein bisschen helfen, wohin die Reise gehen kann. Aktuell ist es so, dass die FED das Gefühl hat, wir entgehen einer Rezession. So natürlich auch Biden und seine Regierung haben das ganz klar und deutlich gesagt, wir werden keine Rezession sehen. Aus diesem Grund kommt jetzt auch noch die FED und sagt, ja, wir haben derzeit die Möglichkeit, unsere Zinspolitik nochmal streffer hinzuhauen. Auch der asiatische Markt, viele da draussen erwarten eigentlich ein bisschen den aktuellen Stand ab, was am Mittwoch dann bei der Sitzung besprochen wird. Denn das Sitzungsprotokoll, das wird sehr wichtig sein. Aktuell liegen wir bei 4,75% Zinsen, kann aber relativ schnell noch weiter nach oben gehen. Also so wie es jetzt aktuell aus diesem Bericht zeigt, so kleine Roll-News, also News, die man schon fast als, ich würde mal sagen, Marktabsprache behandeln kann, die behaupten, dass jetzt eben die FED darüber diskutiert, die Zinsen bis auf 6% zu erhöhen. Ja und eben der Anleger in Asien, der ist natürlich hier massiv zurückhaltend. Der sagt natürlich, wenn die Zinsen nochmal erhöht werden, dann sehen wir nochmal einen Rückschlag im Markt. Viele flüchten dann wieder in den Dollar hinein, der Dollar wird dann wieder stärker und die Aktien dementsprechend tiefer fallen. Das sind die makroökonomischen Geschichten, die natürlich für uns auch entscheidend wichtig sind, aber es gibt noch andere Punkte, die wichtig sind und zwar die Rezession. Sollten wir jetzt dementsprechend zu hoch reingehen, also die FED, die Nationalbanken, erhöhen zu schnell und zu stark die Zinsen, dann wird das im Endeffekt das Problem sein, dass eben die Lebensmittel und einfach die Lebenskosten massiv steigen. Im gleichen Atemzug verliert der Otto Normalverbraucher massiv an Einkommen und gleichzeitig auch an Sparmöglichkeiten. Und das sehen wir eben auch hier in der unteren Grafik, da wird ganz klar gezeigt, hey, wir sehen hier aktuelle Wiederumschläge in die Rezession, ähnliche Parallelen, wie wir es auch schon früher gesehen haben. Und was ganz brutal ist in diesem Bericht, da sieht man eigentlich, man hat eine Umfrage auch gemacht, über 70% der Amerikaner, die zwischen 30.000 bis 100.000 Dollar verdienen, haben keine Rücklagen mehr. Das ist wirklich sehr, sehr krass und auch hier zeigt es nochmal gegenwärtig, haben fast 40% der US-Amerikaner Probleme, Rechnungen zu bezahlen und fast 57% der Amerikaner verfügen nicht über 1.000 Dollar für etwaige Notfälle. Das ist eine sehr traurige Geschichte, natürlich ist es immer ein Durchschnitt, aber das ist das, was ich euch in den letzten Wochen schon mitgeteilt habe. Das Kapital draussen wird immer wie kleiner und eben auch das Problem, dann eben auch einkaufen zu gehen. Luxusgüter wie Smartphone, Tablets, Tablets, Autos, neue Fahrräder, was auch immer, das wird alles zusammenbrechen, weil eben die Leute sagen, hey, wir müssen essen, wir müssen Lebensversicherung, Krankenversicherung bezahlen und so weiter und so fort. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier jetzt Luxusgüter anzuschaffen. Das muss man schon massiv anschauen. Und derzeit sind mehr als 7.500 Dollar an Schulden erforderlich, um eben diese Spanne zu schliessen, die es ergibt zwischen Einkommen und Ausgaben, die da sind. Das ist sehr, sehr besorgniserregend und zeigt natürlich wieder die Chance an, in die nächste Rezession hineinzugleiten. Wie gesagt, wir haben einige wichtige Termine diese Woche. Die wichtigste wird am Mittwoch sein, wenn es dann wieder darum geht, wie es weitergeführt wird, respektive die Tendenz der Zinserhöhung und das kann nochmal massive Bewegung haben. Gut, jetzt haben wir das makroökonomisch und wir haben den, Anführungsschlusszeichen, Kryptospace. Von Kryptospace achtet man massiv auf den Bitcoin. Und bei Bitcoin ist es tatsächlich so, wir haben einen Support bei 23.000 Dollar, lauter Wallmap, da sind die Wale positioniert, um Long-Einstieg zu generieren. Oberhalb der 25.000 Grenze, da ist eigentlich dünne Luft, da gibt es eigentlich keinen Widerstand. Jetzt warten sehr viele ab, wie das abgeht bis zum Mittwoch, bis dann entschieden wird, in welcher Form wir das sehen. Wird die Zinsen vielleicht, gibt es eine Pause, gibt es keine Erhöhung, gibt es nur 25 Punkte, Erhöhung, Stopp 50. Dann ist es sehr gut möglich, dass es da einen relativ starken Anstieg wieder gibt, kurzfristig, bevor es dann wieder eine leichte Korrektur gibt, wenn der Dollar stärker wird. Aber das sind so die Punkte, die müssen wir natürlich anschauen. Wenn man natürlich jetzt den Monat Februar anschaut, sind wir immer noch positiv, in der Regel. Nichtsdestotrotz würde ich hier kein Schwein darauf hätten, dass jetzt alles nach oben gehen. Das liegt tatsächlich am Mittwoch, wie die Leute darauf eingehen, finden die Menschen wieder einen sicheren Hafen im Dollar oder werden sie in Gold gehen oder ist am Endeffekt auch der Bitcoin spannend. Das ist die offene Frage, aber wir schauen uns jetzt mal in der Chartanalyse das Ganze genauer an und prüfen, wohin die Reise gehen kann. So liebe Freunde, wir starten wie gehabt im Dollarindex, denn der ist für uns natürlich auch entscheidend, in Form natürlich auch dieser Woche, wenn natürlich am Mittwoch dann jeweils an der Sitzung was besprochen wird. Wir sehen, dass unsere Targets abgeholt sind. Ich habe euch gesagt, wenn das passiert, werden wir natürlich jetzt unsere neue Basis aufsetzen. Also das wurde schon mal abgeholt, genauso wie man es erwartet hat. Dass wir diesen Bereich noch erreichen, da sehe ich noch ein bisschen Skeptics aktuell. Müssen wir aber schauen, ein bullisches wie auch ein bärisches Szenario. Wenn wir das bärische Szenario anschauen wollen, dann schauen wir uns mal, wohin der Dollar sich bewegen könnte, das heisst, er würde eigentlich wieder eine Chance haben, zurück in die damalige Akkumulationszone zu fallen. Das wäre ungefähr diesen Bereich hier zwischen 0,707 und 0,866. Das wäre das aktuelle bärische Szenario. Wenn wir aber noch mal ein bisschen in der kurzfristigeren Form anschauen wollen, dann können wir mal schauen, wie weit das funktioniert hätte. Hier sind wir oben bereits schon eingetreten. Ein etwas höheres Ziel wird tatsächlich noch mal ein bisschen schwieriger. Das heisst, wir müssen noch mal eine Welle zurückgehen. Das wäre dann ungefähr in dem Bereich hier. Das bedeutet, auch hier hätte man bereits schon eine Anschneidung gehabt. Das bullischen Szenario, das wäre dann ungefähr in dem Bereich aktueller. Nichtsdestotrotz hatten wir bereits schon auch in früheren Bereichen unser bullisches Target, das Richtung 106 Dollar hochgeht. Das bleibt natürlich weiterhin bestehen. Das wäre jetzt eher so ein kurzfristiger Bereich. Wenn wir hier noch mal einen Anlauf sehen könnten, das würde eigentlich im unteren Bereich eher noch passen für ein mögliches Rising Wedge. Wenn man das auch noch anschaut, dann sehen wir, dass wir hier eine Konsolidierung machen in der Spitze und dann, wir nehmen mal das hier weg, das wäre das Target gewesen für den Bereich hier. Das ist perfekt vom Volumenverhältnis her, um ein Target herauszusuchen. Dann würden wir plus minus hier Richtung 101 Dollar plus minus runterfallen. Das kann natürlich wieder kurzfristig passieren, vor allem wenn die Entscheidungen getroffen werden von der FED. Aber nicht vergessen, nichtsdestotrotz halten wir das mal im Blick. Wir sehen, dass die Konsolidierung hier stattfindet. Das schauen wir uns mal an. Die kann natürlich auch noch mal zuerst Richtung 104 kommen, bevor dann der Ausbruch ist. Wir hätten auch die Chance hier nochmal auch mit der Trend-basierten FIP-Zeit vielleicht ein bisschen zu arbeiten, damit wir sehen könnten, wann ungefähr wäre ein Ausbruch realisierbar. Also könnte man ungefähr sagen, am 24. Februar, das war dann gegen Wochenende, könnte es hier tatsächlich noch einmal ein bisschen volatil werden. So, das bedeutet also eigentlich in diesem Schluss, dass Bitcoin eigentlich nochmal steigen sollte. Also wir gehen jetzt mal durch. Wir fangen mit dem Weekly an, enden dann beim 15-Minuten-Chart. Ja, wir haben wieder eine Woche geschlossen. Die Woche hat sehr gut performt. Auf unserer Support-Linie sehen wir, war der tiefste Punkt. Den haben wir gut eingeholt. Wir sind weiter nach oben gegangen. Was man jetzt aber aufpassen muss, wir sehen, dass wir langsam aber sicher auch hier ein bisschen bullische Kraft verlieren bei der MICD. Das ist wichtig. Wenn man da immer wieder ein bisschen drauf achtet, wir sehen, dass das Volumen eigentlich immer noch relativ bescheiden ist. Ja, wir sehen ja, was damals war. Damals hatten wir bei 406 Tagen Korrekturzeit, hatten wir ein Volumen von 4,42 Millionen und hier war ein Volumen von 950.000. Also das in der gleichen Korrekturphase zeigt, 58 Balken je 406 Tage. Das gleiche hier ist schon eher ein, ich würde mal sagen, bescheidenes. Also viermal weniger als zuvor. Das ist schon krass. Nichtsdestotrotz warten wir hier weiter zu. Das sieht schon mal gut aus, dass man das halten konnte. Jetzt vielleicht nochmal einen Support zu sehen wäre. Ungefähr bei 23,350 im Weekly-Chart. Da warten wir weiterhin ab. Aber es kann nicht sein, dass wir da jetzt auch noch ein bisschen seitwärts gehen. Da müssen wir jetzt ein bisschen zu warten. Aktuell aber ein positives Zeichen, auch im Weekly. Der Daily, da arbeite ich sehr gerne mit der Pitchfork, aber auch mit der FIPSpeed, um die Geschwindigkeit eines Trades besser zu verstehen oder anzuschauen. Also wenn man hier sieht, wir sind vom Lower Low zum Higher High. Das so streckt man die FIPSpeed. Hat dazwischen diese Fenster, die sehr, sehr wichtig sind, um ein bisschen einschätzen zu können. Aktuell bleibt auch das 0,5er aus der Bärschen Sicht als ein Support. Also besser gesagt Widerstand. Das wäre bei 25,300. Ja, 350 so plus minus. Da bleibt ein bisschen der Widerstand. Das heisst, wenn man das nicht nachhaltig durchbricht, wird man hier nochmal abgelehnt in die nächste Fragmentszone hinein. Und das wäre dann tatsächlich nochmal ein aktueller. Ja, hier im Support beim Daily wäre bei 22,640. Man hätte natürlich auch hier mal bei 23,350 hier ein sehr, sehr guter Support, den man hier gut sieht. Da hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bestätigungen, dass das nochmal ein Support wäre bei 23,350. Aktuell bilden wir so eine Art kleiner Hammer. Der Hammer ist für mich noch ein bisschen zu wenig aus einem bärischen Szenario. Ich hätte den viel, viel lieber weiter runter. Daher muss es nicht zwingend ein Hammer werden. Wir haben aber tatsächlich auch im 4-Stunden-Chart schon das eine oder andere. Da habe ich noch gestern Abend ein bisschen rumgespielt, sehe ich gerade. Dann nehmen wir es mal. Ah, okay. Das ist das bärische Target, das sich nach oben verschoben hat. Dank dem neuen Hai, das wir gebildet haben. Das nehmen wir jetzt aber trotzdem kurz mal schnell weg. Was haben wir? Was haben wir gesehen? Was hat Bitcoin gemacht? Wie hat unsere Chart-Analyse dementsprechend uns gut begleitet? Wir sehen einen wunderschönen Schatten. Auch hier eigentlich ein schöner Hammer. Das Schatten hier tiptop auf der R1, respektive auf dem 0.5 für Fibonacci. Perfekt supported und wieder nach oben aufgekauft worden. Jetzt ist es natürlich entscheidend, wie sich hier die weitere Verfalle ist. Ihr wisst, es ist ein Trendumkehrungszeichen. Das bedeutet aber nicht, auch hier für mich viel zu wenig Tiefgang für einen guten Hammer ausgangslagen. Das kann sein, dass es nur eine kurzfristige Variante ist. Aktuell noch ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob wir hier ein Ascending bilden oder nur eine Art Falling. Das sehen wir jetzt noch. Näher Falling, ein symmetrisches Dreieck. Das sehen wir jetzt noch. Wir haben auch hier zwei Attachments, jeweils oben und unten. Da würde ich jetzt noch ein bisschen zuwarten. Für einen Ascending Jungle ist es ein bisschen schwierig. Da fehlt auch mir noch ein bisschen Unterstützung. Es kann sein, dass wir jetzt noch mal Richtung 25, 100 hochkommen. Vielleicht dann am Mittwoch. Das wäre dann ungefähr in der Zeitraum. Hier wird dann noch mal eben entschieden, wie es dann weitergeht. Auch hier könnte man mal mit den Trend-basierten Fibonacci hier noch mal ein bisschen arbeiten. Hier sehen wir, dass wir den Bereich hier schön eigentlich genau perfekt getroffen haben. Das ist nicht schlecht. Wenn man jetzt den unteren nimmt und da mal schauen, wo der Ausbruch dann ungefähr stattfinden sollte. Ja, es wäre Mittwoch ab 17 Uhr plus minus wäre dann eigentlich ein Ausbruch aus diesem Pattern als sehr realistisch. Da müssen wir uns aber ein bisschen zuwarten. Wenn wir noch mal hochkommen und wir bestätigen es, dass wir bei 25, 100 einen Widerstand haben, dann würde ich sagen, dann wechseln wir definitiv in eine Sending Channel hinein. Dann könnte der Ausbruch tatsächlich nochmals bullish sein. Wenn das ein bullischer Ausbruch ist, auch hier müssen wir natürlich herausfinden, falsches Fib-Tool, müssen wir natürlich herausfinden, was wäre denn auch unser bullisches Ziel. Und unser bullisches Ziel ist eigentlich legitim. Das ist gar nicht mal so weit, wie man es erwartet hat. Wir wissen, wir wissen, wir haben oberhalb der 25.000er Grenze keinen wirklichen Support oder besser gesagt Widerstand. Also dann hätten wir eigentlich hier einen Bereich bullischer Natur. Machen wir auch gerne grün. Da oben, da liegt dann eigentlich ein bisschen die Musik. Also hier und dann kann es dann wieder zu einer Ablehnung kommen. Sollte es aber zu einem Sending kommen, dann ist es tatsächlich möglich, dass wir hier noch mal höher steigen werden. Also man kann es bereits schon ungefähr einschätzen. Und zwar das vom bärischen Szenario. Wenn wir das auf den Trend von 1,5,5,0,7,0,7, das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir ins übergeordnete Ziel manövrieren, das wäre eigentlich sogar sehr, sehr passend. Das bedeutet, wir wären dann in diesem bullischen Szenario. Aber wie gesagt, das hängt sehr viel daran ab, was die FED sagt. Also wir haben ein bullisches Szenario in grün, wir haben ein bärisches Szenario in rot. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist auch gut möglich, dass wir erst ein Rising Wedge bilden. Es ist noch immer nicht ausgereift, wenn wir jetzt hier noch mal eine höhere Kerze sehen. Ja, ein Dolch, der noch mal nach oben kommt im kurzfristigen Bereich. Dann wird sich natürlich die diagonale Linie ziehen und wir werden ziemlich sicher ein Rising Wedge bilden, das uns noch mal nach unten bringt. Wenn man das aktuelle Szenario nach den Indikatoren anschaut, wir sind mit der RSI noch nicht abgekühlt in dem Mittelfeld. Also man hätte noch mal die Chance, noch mal ein bisschen zu fallen. Sie sehen aber im kurzfristigen Bereich eine leichte Erholung für die Bullen. Das liegt auch durch den Hammer und die weitere Entwicklung. Das 0,5 wäre ziemlich knapp bei 24,800. Wenn man hier ablinnt, dann ist die Chance hoch, dass wir hier nach unten ausbrechen werden. So, das ungefähr wäre der aktuelle Fahrplan für uns, der wichtig ist. Ich würde dann auch dieses Szenario nochmals in die Telegram-Gruppe posten. Hier schreiben wir noch mal hin, dass das unser 0,05er ist für die bullische Sicht. Die nehmen wir natürlich mit. Der Rest können wir hier eigentlich wegnehmen. Ich wechsle dann dieses wieder ab oder aktuell in die Supportzone und werde dann oberhalb noch mal die Resisten einzeichnen. Dann haben wir ein gutes Bild, wie sich das Ganze für die Zukunft dann aufbauen wird. Wenn dir das Video etwas gebracht hat, lass dir gerne einen Daumen da, wenn dir meine Art gefallen hat. Und gerne ein Abo. Ansonsten sage ich Tschüss aus der Schweiz, bleibe gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Abo. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020